moin moin und hallo herzlich willkommen zu einem neuen coolen unboxing video von mir für euch heute mit dem nicen und gutaussehenden lg 32 lq 63006 lf televisionsfernseher mit 80 zentimeter bilddiagonale das sind 32 zoll 32 zoll bedeutet wir sind hier in einem etwas kleineren segment unterwegs das heißt dieses gerät ist gut geeignet für kleinere räume jetzt natürlich auch für größere räume geeignet wenn ihr das wollt aber es ist jetzt nicht der monster brummer der hier mit 55 zoll aufwärts et cetera zu buche schlägt sondern wir hängen hier bei 32 zoll was aber vollkommen ausreichend ist für wie schon gesagt kleinere räume und auf dem markt selber gibt es kaum in dieser größe smart tvs das hier ist aber einer wenn ihr also ein smart tv haben wollt mit einem guten bild und auch noch full hd dann ist das ja eine sehr gute wahl wir haben hier ein 2k fernseher es ist ein lcd tv gerät aus der lq 63 serie mit einem a5 chip der fünften generation artificial intelligent prozessor also einen künstlichen intelligenz prozessor eingebaut mit ai sound und AI brightness control das heißt also der sound und das bild werden dort dann auch smart geregelt wir haben eine gute hdr unterstützung mit hdr 10 pro und hlg es ist ein smart televisionsgerät mit web os 22 und kann demzufolge auch google assistant alexa und airplay 2 und homekit verwenden hdmi 2.0 ist am start hg ig unterstützung und alllm ihr seht also alles nice am start wir haben hier hd high definition ganz neu können wir dadurch erleben die full hd tvs von lg zeigen nämlich sattere farben und stellen unsere lieblingsinhalte noch lebendiger und natürlicher vor jetzt der a5 fünfte generations ai prozessor der booster für unsere betrachtungserlebnisse der a5 der fünften generation ai prozessor optimiert den lg full hd tv um uns ein beeindruckendes betrachtungserlebnis zu bieten und was wollen wir mehr das heißt wir haben hier brightness control brightness control und zwar artificial intelligent gesteuert sorgt für das perfekte maß an helligkeit in denen die helligkeit des screens an die umgebungsbeleuchtung selber angepasst wird wir haben auch noch thin q ai das heißt intelligenter als wir denken von sprachsteuerung bis hin zu personalisierten inhalten thin aq ai macht den lg full hd tv zu einem smarten erlebnis wir können hier auch die lg smart remote zum beispiel dran die magic remote benutzen die ist kompatibel mit diesem gerät denn die magic keyboard ist wirklich eine der besten fernbedienungen die ich bis jetzt ausprobieren durfte und er ist intelligenter als wir denken die intelligente sprachsteuerung über google ist amazon alexa apple airplay und weitere dienste macht die steuerung des lg hd tvs einfacher und schneller als je zuvor es arbeitet den zufolge mit den markt führenden staff am start und wir können uns profile anlegen wir logen uns einfach unser persönliches konto ein um exklusiv für uns empfohlen inhalte anzusehen und auch zu nutzen wir haben hdr 10 pro das heißt so realistisch können unsere lieblingsinhalte selber dadurch aussehen hdr 10 pro passt die helligkeit so an dass farben und klarheit in jedem bild verbessert werden ott service ist auch natürlich dabei zugriff auf unsere favoriten wir stellen eine verbindung zu unseren abonnierten ott medien diensten her um alle sendungen auf dem laufenden zu bleiben zum beispiel können wir nutzen smartmäßig prime video disney plus netflix live now apple tv plus und 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 weil es ein smart tv ist kein problem auch möglich ist cloud gaming die cloud gaming kompatibilität über google stadia und geforce now erweitert den zugruf auf unsere lieblingsspiele und das mit so einem smart tv denn wir haben den game optimizer drinnen wir finden alle einstellungen die für die optimalen game benötigen an einem einzigen ort über das game dashboard können wir die einstellungen des aktuellen spielgenres schnell einstellen und verwendet und wir haben hg ig lg arbeitet mit einigen der größten namen der spielmanche zusammen um uns die neueste hdr spiele mit großmöglicher realismus zu intensiv mehr zu bieten da also alles im smart tv und verpackung mäßig grün ist natürlich besser wir haben einen einfarbigen druck recycelfähigen karton dadurch umweltfreundlich dieses gerät ist ein full hd fernseher mit 2k unterstützung das heißt 1920 zu 1080 pixel hintergrundbeleuchtung ist ein direct led system die sichtbare bildschirmdiagonale liegt bei 32 zoll das sind 80 zentimeter 80 zentimeter in der diagonal so kann man sich das am besten merken seitenverhältnis ist 16 zu 9 die native bildwiederholfrequenz des panels liegt bei 50 oder 60 hertz energieeffizienzklasse ist f das gilt ab märz 2021 energieeffizienzklasse bedeutet jetzt nach dem neuesten standard ist das wieder ein bisschen neu aufgeteilt worden dadurch dass das hier ein der hatte 27 kilowattstunden auf 1000 stunden also es ist nicht so viel es ist ein energy saving gerät was gut ist es hört sich jetzt nur durch die neuen energieklassen so schlecht an also vor dem märz wäre das ding hier bei b wahrscheinlich gerät gewesen das heißt durchschnittliche leistungsaufnahme 27 kilowattstunden pro 1000 stunden betrieb das heißt die leistungsaufnahme im standby modus liegt unter 0,5 watt die stromversorgung ist im ganzen welt möglich dieses gerätes das heißt ac welches spannung 100 bis 240 volt geht komplett wir können also mit dem ding auch reisen gehen 50 und 60 hertz die funktion dort ist demzufolge sehr sehr nice am start da ist alles cool wenn wir natürlich auf hdr gehen ok hdr weil man kann man kann man ja ausschalten wenn wir es einschalten sind wir sogar energieklasse g gerankt das heißt 40 kilowattstunden auf 1000 stunden betrieb aber dort geht natürlich auch alles andere im standby modus sind wir wieder schön schön smooth und tief die hdr unterstützung ist ein active hdr mit hdr 10 plus oder pro das heißt 2k und hlt auch 2k filmmaker modus unterstützung ist nicht an bord hoch skalierung von niedrigen auflösungsinhalten ist eine resolution upscaler ai brightness control ist dabei hdr tone mapping dynamic tone mapping autokalibrieren mit zugriff auf den lut niveau ist nicht möglich der prozessor ist ein alpha 5 generation 5 prozessor wir haben lautsprecher integriert 2.0 sound mit 10 watt 5 watt je kanal zwei stück also dann die abstreichende lautsprecher ist nach unten abstrahlt sprich gegen gegen den boden und dann zu euch wir haben ai sound mit virtual 5.1 upmixing dolby atmos ist er nicht fähig visabas speaker audio für kablos und high res verbindung ist auch nicht möglich gaming entweder g-sync kompatibilität nein hdi g kompatibilität für überzeugende hdr darstellung in spielen ist möglich das heißt also auch dieser smart tv hier ist bedingt natürlich für normalos in spielen absolut täglich möglich zu spielen auch über dieses gerät ist möglich ganz klar nur die pros werden wahrscheinlich sagen ich brauche meine 120 herzen zu wir haben kein amd freezing wir haben game general game optimizer das smart tv selber ist mit der plattform web os 22 ausgestattet es kann über amazon alexa laufen kompatibel zu apple pay und apple play und apple home kit kompatibel zu google home zu lg sinq google assistant kompatibel zu amazon echo wir haben hier eine normale lg-fermer-bedingung mit zwei aaa 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 batterien das sind die kleinen schnuckis die aaa mit triple a es ist kein hands free voice control möglich wir haben die menü sprache in deutsch englisch und 35 weiteren strahlen jetzt geht es darum was haben wir für einen tuner typ drin wir haben ein single triple tuner das heißt d vb t2 c und s2 sind möglich Ein Triple-Tuner kann im Prinzip alles. Wir haben die Möglichkeit, ans Kabelnetz unseren Fernseher anzuschließen. Wir haben die Möglichkeit, uns Satellitensets anzuschließen, also Satzschüssel. Und wir haben die Möglichkeit, über Antenne zu empfangen, aber natürlich digital. Watch & Record ist nicht möglich. Timeshift ist möglich. Pausieren, Fortsetzen von TV-Sender, Zeitversatz, Fernsehen ist möglich. EPG, elektronische Programmführung, ja, für acht Tage. Also immer acht Tage, nicht nur für acht Tage, sondern für acht Tage. HPB-TV, Nutzer in initiativer Anwendung, wie zum Beispiel Mediatheken, ist möglich. Aufnahme von TV-Sendern auf externen Websecher ist auch möglich. Ergo, USB-Gerät dran und Aufzeichnung ist möglich. Anschlüsse. Wir haben ein LAN, Local Area Network Ethernet-Kabelanschluss. Das heißt, wir können es auch kabelgebunden an unser Internet-Router anschließen. Wir haben einen digitalen, optischen Ausgang. Das ist Lichtwellenleiter, ein CI-Slot, um HD-Plus-TV zu gucken mit einer Steckkarte. HDMI-Anschlüsse sind zwei Stück da. Die HDMI 1.4er, zwei Stück. Dann haben wir ARC-Unterstützung, Audio Return Channel, Übertrag von Audio über den Rückkanal, ist ERC und LG Simplink. USB ist ein Anschluss dran und die kabellose Verbindung zu unserem Wi-Fi-Netzwerk funktioniert mit dem Standard 802.11ac und Bluetooth Version 5.0. Die Abmessung mit dem Standfuß zusammen liegt bei 73,6 zu 46,4 zu 18 cm. Gesamt wiegt dieser Freund hier mit Standfuß 4,7 Kilo. Also wir können uns merken, 5 Kilo ungefähr. Ohne ist ein bisschen weniger. Der Standfuß selber wiegt aber kaum was. Wir haben eine Feserkompatibilität. Das ist der Standard, der bei Wandhaltungen für TVs anliegt. 200 zu 200 und die Abmessungen sind kompakt, aber vernünftig am Start. Wir sind nicht zu einer Integra-Bandhaltung, also einem Slim-Bracket des Gelery-Designs nicht kompatibel, aber der Feser-Standard hält uns dort genug Möglichkeiten parat, um dort mal uns auszubarren. Das ist der wirklich gute und für den kleinen Gebrauch gedachte 32 Zoll LG Full-LG TV LQ6 III. Kommen wir zum Auspacken von diesem angenehmen kompakten Gerät. Kompakt ist schon was größer, aber es ist jetzt nicht der Monster-Klopper für den Wohnbereich, für das Riesenteil, das Riesen-Klopper. Aber heute Standard ist wirklich schon 55 Zoll geworden. Echt übel. Ich bin doch aus so einer Generation, wo das hier groß war. Oh yeah. So, Verpackungs-Technik sind wir hier am Start und haben es wirklich schön. Es ist recycelte Verpackung. Mal gucken, ob LG das drinnen auch weiterführen wird. So, wir öffnen und ich sehe schon Styropor. Also damit sind Sie schon mal raus mit dem nachhaltigen Superverpacken. Hm, schade drum. Weil da hätte man jetzt richtig was bausten können. Man hätte alles hier schön auf Karton nehmen können oder auf Pappe, denn heutzutage gibt es dort gute Papplötungen. So, zwei Füßchen. Das sind wirklich komplett aus Kunststoff, die Füßchen. Die Füßchen haben unten aber noch einen Stand Gummis. Zwei Stück je Füßchen. Sind mit einem L und einem R betitelt. Ne, sind sie nicht. Das heißt also, sie werden identisch sein. Das heißt, wir können sie einsetzen, wo wir das möchten. Aber, also unter dem Fernseher natürlich. Dann haben wir ein Ladegerät in einer wiederverschließbaren Tasche am Start. Das hier ist mit einem Euro-Stecker versehen. Der Euro-Stecker ist sogar 90 Grad geschwabbelt. Das ist gut. Es ist ein SABS-Stecker-System mit allen Zertifizierungen, die ich jetzt hier lesen kann. 2,5 Ampere. 250 Volt hält der also aus. Alles cool. Können wir auf der ganzen Welt benutzen. Auch der Anschluss-Stecker ist 90 Grad versetzt. Das ist auch okay. So. Erstes monströses Styropor-Stück. Bäh. Und jetzt kommt auch schon das Gerät selber. So. Ist jetzt nicht so spektakulär, weil er halt nicht so groß ist. Wir haben hier aber noch eine extra Box drin. Lassen wir uns die erst mal schauen. Wir schauen uns erst mal die extra Verpackung an. Was da alles noch dabei ist. Ich sehe nämlich, da sind sogar schon die galvanischen Zellen dabei. Wir haben Kabel-Management-Kabelstrapse. Wir haben zwei Schrauben. Die zwei Schrauben sind sogar extra verpackt. Okay. Die sind extra in der Tüte verpackt. Ich denke mal, dass ich wohl an LG Logistik-System. Ich frage mich, warum nicht die Hersteller das irgendwie hinkriegen könnten, mal die Dinger einfach in die Gewinde dafür einzudrehen und da zu belasten. Weil dann hat man direkt meistens da kommt die Schraube hin. Ist viel cooler. Finde ich. So. Wir haben hier die Energieeffizienz-Skala. Einmal 11. Wenn wir nicht im HDR sind. Wenn wir am HDR anmachen, sind wir bei 40 Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Und hier sehen wir auch nochmal die 8 Zentimeter, 32 Zoll. Den können wir uns irgendwo hinkleben. Zum Beispiel neben dem Fernseher an die Playstation ran oder so, damit jeder sieht. Das sind die Spezifikationen des Gerätes. Gut. Die haben eine bebilderte Anleitung. Aber braucht man die? Nee. Ihr könnt ja das Video weiter betrachten. So. Dann haben wir Produkt-QR-Codes. Wow. Ganz viele. Das sind alle möglichen LG-Fernseher hier aufgelistet. Dann werden wir wahrscheinlich direkt auf die dementsprechende LG-Seite im Internet kommen können. Dann haben wir Werbung von Rakuten-TV. Wir haben eine Garantiekarte von LG. Safety und Safety und Regularities. Okay. Dann haben wir die Fernbedienung. Die Fernbedienung, schauen wir uns mal an, was die Ferne ist. Ist so eine Standard. Das ist die AKB 6740-30-1. Kennt ja jeder. Es ist nicht die Magic Remote. Die Magic Remote gibt es eigentlich nur bei den Premium-Segmenten. Wichtig aber zu wissen ist, dass die Magic Remote hiermit kompatibel ist. Ich hatte nämlich vor der Flutkatastrophe, der ist abgesoffen, einen Fernseher, der auch nicht so groß ist. Anboxen könnt ihr euch ja angucken. Denn da war er noch heile. Und dort konnte ich keine Magic Remote anschließen, obwohl er ein Smart-TV war. Die Grundsachen, wie zum Beispiel hoch- und runterschalten, laut und leise, haben funktioniert. Aber ich konnte nicht mehr die Smart-Bedienung, die ich vorher gewohnt war, setzen. Also ich konnte nicht ins Menü gehen etc. Aber auch diese Fernbedienung ist vernünftig aufgegliedert. Auf der Seite hier hinten kommen die galvanischen Zellen rein oder Akkus. Und dann könnt ihr es benutzen. Wir haben auch Netflix, Disney Plus, Prime Video und Rakuten TV als Hotkeys, die sogar weiß hinterlegt sind. Wir können Aufnahmen starten dort. Wir können Volume Up, Volume Down, Programm Hoch, Programm Runter. Wir können den Text einmachen. Wir können die Topogation, wir können die Sources auf der rechten oberen Seite, die Source-Taste. An- und Ausschalttaste ist dabei. Also alles, was eine Wärmedienung braucht, ist auch dran. So, jetzt gucken wir uns das Gerät schon mal an. So, so sieht es aus. Das Gerät selber ist, sagen wir mal, relativ dick. Es ist so eine Standarddicke hier, wie eigentlich fast jeder Fernseher heutzutage aufweist. Und auch schon vor 10 Jahren aufgeweicht hat. Also im Prinzip haben sie da designtäglich jetzt nicht viel geändert. Das sind jetzt, das ist jetzt wie bei meinem, ich meine, das ist ein OLED-Fernseher. Der ist ganz, ganz dünnes Teil. Das haben sie hier jetzt nicht gemacht. Warum auch? Das Ding ist kleiner, es ist kompakter. Es ist auch im, ja, nicht im Low-Cost-Segment, aber es ist jetzt nicht so teuer, dass man dort solche krasse Sachen reinballern muss. Was wir hinten haben, ist den FESA-Standard, das heißt, wir können Wandhaltung anbringen. Hier drüben, auf der Seite kommt unser Stromkabel dran. Das wird hier eingesteckt, läuft dann schön glatt runter. Funktioniert letzte Folge ganz gut. Dann haben wir hier die Möglichkeit, irgendwo auch noch unseren Schnippel hier anzusetzen. Ich denke mal, der kommt hier rein. Den kann man wohl hier reinsetzen und dann kann man den so benutzen. So würde ich mir das vorstellen. Dann haben wir hier, auf der Seite, haben wir die Möglichkeit, unsere Satellitenkabel und unsere Kabelkabel einzusetzen. Okay. Hier haben wir den LAN-Port, kommt das LAN-Kabel rein. Hier kommt der optische Port. Einmal HDMI auf der Rückseite, HDMI und einmal HDMI auf der Seite, um dort besser dran zu kommen. Und einmal USB. Hier ist auch noch das CE-Plus-Segment, das heißt, hier kann unsere CI-Karte rein. Alles dabei, was man so braucht. So, jetzt zum Anschluss unserer Füßchen noch. Die Füßchen haben eine, ach, hier unten ist auch noch ein Knopf, Knöppli. Damit können wir uns dann auch manuell navigieren, und zwar unter dem Gerät. So, unsere Knöpplis kommen so rein, die werden per Schraub. Ich schaue mal kurz, so passen sie ganz gut und so passen sie gar nicht. Das heißt, ihr habt nur eine Direktion, wo die Füßchen drankommen, die verschrauben von unten an. Mit der Schraube. Und dann haben wir dort den Fernseher auch schon standhaft hingesetzt. Ihr könnt das auch ohne Schraube machen, nur dann dürftet ihr den Fernseher nicht mehr bewegen. Und das wäre irgendwie doof, ne? Na, guck mal, dann wackelt der auch so rum. Keine gute Idee. Okay, aber hier haben wir nun alles. Der Fernseher ist vernünftig groß für ein kleines Zimmer. Zum Beispiel für ein Jugendzimmer, für Teenie-Zimmer. Oder halt, wenn ihr ein großes Klo habt, könnt ihr das da auch hinterher haben. Nur sollte keine Dusche drin sein, aber wasserdicht sind die Geräte ja nicht. Und das Einzige, was wir noch machen sollten, ist hier die Schutzfolie ab. Denn da ist immer so ein Schutzfolienfreund rum. Das ist immer ein bisschen fummelig. Und dann kriegen wir die Fummelein auch noch hin. Und haben hier auch dann diese ganze Leitengedrisse ab. Weil wir haben an der Seite, das ist Kunststoff. Das ist aber recht hochwertiger Kunststoff, der hier verbaut ist. Das ist jetzt nicht hier so Lackstandard. Das ist jetzt kein Klavierlack, der hier am Start ist. Sondern wir haben hier normalen Kunststoff, der aber auch vernünftig seinen Job erlegen kann. Auf dem Panel selber scheint mir keine Abklebung zu sein. Außer hier oben das Informationsfreundchen, den können wir abmachen. Und demzufolge geht das hier alles ganz gut von der Hand. So, schöner Fernseher, macht auch gutes Bildkredit. Ihr könnt eure Konsolen anschließen, alle möglichen über HDMI. Weil HDMI ist ja dabei. Das Design ist Standard. Das ist ein Fernseher, der seinen Job natürlich macht. Wir haben, was war es, 2K Bild. Wir haben HDR. Wir können auch Spiele dran spielen. Über diverse Spielekonsolen. Wie Playstation, Playstation, Nintendo Switch. Wir können die ganzen Smart Sachen benutzen. Wie Netflix und Co. Damit ist er gut aufgestellt. Vor allem mit dem Triple Tuner. Der ja auch alle Standards des Empfanges dann auch mit sich bringen kann. Aber das meiste, was man ja so nutzt heutzutage, ist wirklich nur die Internetverbindung. Und die ist möglich über ein LAN-Port, Local Area Network, über ein Kabel, Patchkabel rein oder über WiFi. Einfach einrichten, da geht's los. Anstecken und Spaß haben. Mit dem Smart TV hier. Das ist der 32LQ63006LA von LTE. Was benötigen wir jetzt, um diesen Flatscreen oder auch generell jeden anderen Flatscreen anzuschließen? Mit dem Standard Stuff, den man so haben sollte. Es ist ein Smart TV. Das heißt, wir können auch ein LAN-Kabel, sprich ein Patchkabel benutzen, um diesen Fernseher mit dem Internet, sprich die eine Seite kommt in den Fernseher, die andere Seite kommt dann in den Router rein, in euren Router zu Hause. Dann habt ihr eine kabelgebundene Verbindung zwischen dem Router, sprich zwischen dem Internet und eurem Fernseher. Dieses besagte Patchkabel müsst ihr nicht einsetzen. Ihr könnt es einsetzen, denn das Gerät selber funktioniert auch über WiFi. Also sprich über eine kabellose Verbindung mit unserem WiFi-Netzwerk, mit dem WLAN. Wir oder ich zeige es jetzt mal, ich werde es selber aber über WiFi einrichten. Die Verkabelung ist natürlich immer noch die beste Möglichkeit und die schnellste Möglichkeit, das Gerät, den Smart TV, in unser Netzwerk, sprich ins Internet zu bekommen. Das wäre optional die erste Möglichkeit. Local Area Network Kabel rein und fertig. Dann haben wir hier zwei Kumpels. Die sind dafür da. Auf dem einen steht Satellit-In. Das ist dann für unsere Satellitenschüssel. Satellitenschüssel bedeutet, ihr habt eine parabol geformte Schüssel draußen, die zum Beispiel auf den Astra-Satelliten ausgerichtet ist. Der fliegt im Orbit rum und sendet uns dann das Signal. Ihr braucht keinen Tuner, ihr braucht keinen Receiver, um hier an diesem Fernseher euer Satellitenempfang zu bekommen. Es ist nämlich in den Fernseher schon integriert worden. Das heißt, das Kabel selber hat in der Mitte, also hat erstmal den Anschluss, das ist zum Drehen etwas, und in der Mitte kommt ein Kupferkabel raus. Dieses Kupferkabel muss jetzt in die Öffnung des Satelliten-Innenkabels reingesteckt werden. Und dann drehen wir die Mutti da draußen, die Mutti-Schraube, drehen wir fest. Das reicht eigentlich mit den Fingern. Ihr könntet aber auch dazu ein Werkzeug benutzen. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, was es für eine Schlüsselweite ist. Ich würde schätzen, es ist 8 bis 10 mm, 8, 9 oder 10. Ich würde fast sogar sagen, es ist die 10er-Version. Dann könnt ihr das mit einem Ringmaulschlüssel zum Beispiel auch noch mehr festziehen, damit es eine noch bessere Verbindung bekommt. Da kommt also unser Satellitenkabel rein. Wenn ihr einen Kabelanschluss haben solltet, dann kommt das Kabel in rein. Auch da überall ist dieses besagte Kabel. Da gibt es einen femininen Part und einen maskulinen Part. Der feminine Part ist gesehen durch ein Loch in der Mitte des Kabels und der maskuline Part mit einem Knubbel. Wir benutzen jetzt den maskulinen Teil des Kabels, welches danach zu unserer Kabelanschlussdose führt. Einfach reinstecken. Und dann habt ihr auch dort schon eine Verbindung stattfinden lassen. Da muss man nichts irgendwie festdrehen oder so. Das hält durch eine standardisierte Steckverbindung in Position. Das gleiche wäre auch, mit dem gleichen Kabel an eure Antenne anzuschließen. Also Antenne und die Kabelverknüpfung ist demzufolge das gleiche Kabel, was benutzt wird. Und demzufolge könnt ihr auch den gleichen Port benutzen. Das einzige, was sich dort ändert, ist dann später die Einstellung, die man dann im Kabelnetz suchen müsste. Das ist also die zweite Option und dritte Option des Anschließens der Quelle. Wir machen hier jetzt, weil hier die Schüssel in der Nähe ist, machen wir jetzt unser Satellitenkabel da rein. Das heißt, ich gucke, dass das Kupferkäbelchen gut anliegt. Danach drehe ich im Uhrzeigersinn die Mutti fest. Dadurch ist nämlich gewährleistet, dass der Kupferkern, der hier drinnen die Daten dann schiebt, an die Kontakte drankommt. Wenn ihr einen DVD-Player, einen Blu-ray-Player, einen Aufnahmegerät oder irgendein anderes HDMI-Gerät hier anschließen möchtet, darunter fallen natürlich auch unsere Konsolen, sei es die Xbox, sei es die Playstation, sei es die Switch oder, oder, oder. Da kommt ein HDMI-Kabel zum Einsatz. Das HDMI-Kabel ist etwas geformt mit Einbuchtungen an den Seiten. Ihr könnt die also nicht beidseitig reinschieben, sondern müsst gucken, wie rum ihr das setzt. HDMI-Anschlüsse haben wir an diesem Gerät zwei Stück. Eins für hinten, das ist der HDMI 2 und der HDMI 1 ist hier an der Seite. Dort kann man nämlich gut an die Seite andocken. Das heißt, Konsolenanschluss, wenn es stationär eigentlich immer hier gemacht wird, einfach das HDMI-Kabel benutzen, was hinten ist. Konsole auf der anderen Seite auch mit dem HDMI-Kabel verbinden. Schon habt ihr eine HDMI-Verbindung zum Fernseher hergestellt. An der Seite haben wir noch das Common Interface. Dort würde eine Steckkarte reinkommen, wo dann euer HD-Plus-Zugang ist oder Pay-TV. Das kann ich euch nicht demonstrieren, weil das habe ich nicht. Das ist einfach nur eine Steckkarte, die wird dort reingeschoben. Fertig. Wenn ihr einen USB-Datenspeicher hier einschieben wollt, dann habt ihr noch einen USB-Slot frei. Also USB rein, schönen Tag noch. Und dann, als letztes, brauchen wir natürlich noch eine Stromversorgung. Dafür haben wir ein mitgeliefertes Stromkabel. Nochmal, mitgeliefert bei den Fernsehern wird eigentlich nur das Stromkabel. Das LAN-Kabel, HDMI-Kabel, Satellitenkabel oder Antennenkabel bzw. Kabelkabel müsst ihr demzufolge extra erwerben. Denkt daran. Stromverbindung wird auf dieser Seite des Fernsehens hergestellt. Ansätzen, Stromverbindung ist damit hergestellt. Die andere Seite des Kabels kommt natürlich in unsere Steckdose. Und nun haben wir unseren Fernseher angeschlossen. Um jetzt die Erstinstallation unseres LG Smart Flat Screen Freundes durchzuführen, benötigen wir erstmal natürlich alle Verbindungen hinten. Haben wir gesetzt. Und wir brauchen eine Fernbedienung mit eingelegter galvanischen Zellen oder Akkus. Zwei Batterien kommen da rein. AAA Size. Dann, Energie ist da. Der Fernseher sollte jetzt gestartet werden. Das heißt, wir gehen unter das LG-Zeichen. Dort ist ein Anschaltknopf. Den drücken wir, bis der Fernseher nun anfängt zu booten. Und damit wird er jetzt das erste Mal das WebOS von LG selber starten. Und kann uns dann weitere Infos zuteilwerden lassen. Wir haben nämlich jetzt viele Möglichkeiten durch den Smart oder die Smart Oberfläche des Fernsehers uns jetzt individuell das System einzurichten und es dann auch individuell zu nutzen. Sprich, mit Konsolen zu bestücken, mit Internetinhalten zu bestücken, etc. Jetzt möchte er gerne sich mit unserer Smart Remote verknüpfen. Die Smart Remote hier sollte jetzt den OK-Button gedrückt bekommen. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann drückt man das Häuschen und die Taste der Einstellungen zusammen. Denn dann paaren sich diese beiden Geräte auch. Wir werden jetzt die OK-Taste drücken, die sich hier im Center bei dem Rechts-Links-Oben-Unten-Tasten befindet. Wir werden wir nun drücken, um dort das besagte verknüpfungstechnische Gimmick zu ballern. So, wir haben das nun gepresst. Jetzt geht es darum, wir sollen eine Installationsmethode auswählen. Wir können Mobil-Device nehmen, dazu benötigen wir dann ein Smartphone mit der LG-App oder wir benutzen TV. Wie oder was benutzen wir, um zum Navigieren unsere Fernbedienung? Wir haben hier den Rechts-Links-Oben-Unten und in der Mitte, das ist so ein Kreis mit einem Kreis da drinnen. Das ist dann die Auswahl-Taste. Ihr könnt sehen, ich kann mich rechts und links jetzt bewegen und kann jetzt eine Auswahl treffen. Ich benutze jetzt die mittlere Taste, um die Bestätigung dieser Aufgabe dann zu setzen. Jetzt Language and Location Settings. Das bedeutet, wir sollen jetzt die Sprache des Fernsehers einstellen. Hier können wir wieder runter und hoch, rechts und links uns bewegen. Wenn ihr gerne auf Englisch und im United Kingdom sein wollt, könnt ihr das so lassen. Wenn ihr nicht das wollt, sprich die Language und der Country ändern, lasst uns mal den Country ändern. Gehe ich auf den Reiter Country und dann drücke ich wieder die OK-Taste. Jetzt poppt dort ein Menü aus und ich kann jetzt das Land suchen, welches wir bevorzugen bzw. wo wir uns gerade auch befinden. Germani oder Germani steht dort. Das steht für Deutschland. Wenn ihr euch in Deutschland aufhaltet, solltet ihr dieses als Einstellung des Countries, sprich des Landes nutzen. Denn es gibt ja auch in einem Smart TV lokal bezogene Informationen etc., die dann auf das Land selber zutreffen. Ich habe mit der Enter-Taste wieder ausgewählt. Jetzt werden wir noch die Einstellung der Language ändern. Dort sehen wir Deutsch. Ihr könnt auch jede andere Sprache nennen. Wir haben also jetzt die Sprach- und Ortseinstellungen ausgewählt. Jetzt gehen wir runter. Erste Verwendung beenden. Nee, wir wollen ja auf Weiter gehen. Nun werden wir auf Weiter klicken und haben nun hier die Möglichkeit, wenn wir nicht das LAN-Kabel nutzen, eine WiFi-Verbindung feststellen zu können bzw. eingehen zu können. WiFi bedeutet, dass ihr kabelloses Internet habt bei euch zum Beispiel zu Hause. Dort werden die drahtlosen Netzwerke hier angelistet, aufgelistet. Wir können sie mit hoch und runter dann auch auswählen. Wir gehen zum Beispiel jetzt auf Norden 5.0 und müssen jetzt ein Passwort eingeben. Das Passwort ist bei eurem Admin, sprich bei dem Menschen, der euch das Internet eingerichtet hat, zu erfragen. Oder in den meisten Fällen, wenn man die Sachen nicht geändert hat, reicht es, ihr geht zum Router. Das ist dort, wo das WiFi-Netzwerk generiert wird. Dreht ihn um und unten steht meistens das Passwort drauf. Was aber eigentlich nicht so sein sollte, weil dann kann jeder in euer WiFi-Network eindringen. Alternativ wäre natürlich jetzt auch die Möglichkeit, das zu überspringen. Da geht man hier oben in die Ecke und kann dann über das LAN-Kabel dann das Internet beziehen. Oder ihr verzichtet sogar darauf und würdet hier auf Überspringen gehen und würde beide Sachen nicht wählen. Das geht natürlich auch. Keiner zwingt euch in einem Smart-TV, das Internet auch zu nutzen. Nur, euch muss klar sein, wenn ihr das Internet nicht nutzt, habt ihr viele Optionen, die ein Smart-TV mit sich bringen, gar nicht zur Verfügung. Ich werde den zufolge jetzt uns mal ins drahtlose Netzwerk, ins WiFi-Netzwerk von dieser Location hier einwählen. Mit dem Passwort. Auf geht's! Ich habe jetzt mein Passwort eingegeben. Ihr seht, ihr könnt euch hier bewegen. Nach rechts und links, nach oben, nach unten und durch die Auswahl-Taste dann auch die Auswahl-Tätigen. Hier drüben haben wir noch die Möglichkeit, das Layout auf Deutsch und Englisch zu ändern. Dort Sonderzeichen, Sonderzeichen und hier ist dann Shift. Sprich, ihr könnt es dann auch vergrößern. Also, ne, so meine ich das jetzt. Danach gehen wir nach oben, bis wir auf das Passwort kommen. Drücken wieder die Bestätigung mit der Enter-Taste und können dann die Eingabe-Taste nutzen, um weiterzuführen. Wir kommen jetzt also in unser WiFi-Netzwerk rein. Nun haben wir hier die allgemeinen Geschäftsverbindungen. Hohoho, die sollten wir uns natürlich ausgezeichnet durchlesen. Und wenn wir dies getan haben, können wir diese dann auch mit weiter bestätigen. Damit auch wieder einmal runter. Ich habe mir das natürlich jetzt alles schon vorher genau durchgelesen. Wir können jetzt also nach unten und auf den Weiter-Button klicken. Nun haben wir hier die Möglichkeit, diverse oder unterschiedliche Sachen auszuwählen. Nutzungsbedingungen, okay. Übertragung von Informationen außerhalb der EBR. Das heißt hier, Datenschutzrichtlinien. Damit wir das natürlich jetzt alles nutzen wollen, sprich smarte Sachen, den kompletten Fernseher nutzen wollen, mit seinem ganzen Extra-Additional-Stuff, sollten wir hier erstmal die Fernsehnutzung akzeptieren. Die Sprachinformationen könnt ihr, müsst ihr natürlich nicht. Dann haben wir interessenbezogene Werbung. Es ist sehr interessant, denn dann merkt das System sozusagen, was eure Vorlieben sind. Und gebt euch dann auf euch abgestimmte Interessenwerbungen rein. Das ist jetzt nicht, dass hier ein 5-Minuten-Werbeblock kommt. Nein, nein, das ist einfach, dass dort dann explizit, wenn es dazu kommen sollte, dass ihr irgendetwas sucht oder so, dann das interessenbezogen bekommen solltet. Dann können wir uns nochmal die Datenschutzrichtlinien durchleisen mit deinen bestätigten SIT-AT-Channels. Wir können auch direkt hingehen und alle auswählen. Das ist euch überlassen. Das ist jetzt wirklich eure Sache. Wir sollten natürlich trotzdem zustimmen oder können das auch später machen, nur, um dann Smart-TV-Eigenschaften zu nutzen. Dann müssen wir natürlich die besagten Bedingungen hier erfüllen und dann können wir auf Zustimmen gehen. Einstellungen überprüfen. Wählen Sie ein Element aus, das wir ändern möchten. Automatisch angeschlossene Geräte können mit dem LG TV Fernbedienung gesteuert werden. Das müssen wir auch noch wissen. Und hier können wir jetzt gucken, wie er genutzt werden soll. Wir können auswählen, keine oder nur TV. Aha, das ist ja jetzt nicht viel zum Auswählen. Äh, ja, dann ist das jetzt nur ein TV oder keine. Ja, dann sollten wir vielleicht nur TV wählen. Äh, ja. Dann Fernsehmodelle. Installationsmethoden unseres Fernsehers sollten wir nun auswählen. Wir haben einmal die Möglichkeit der Wandhalterung, das ist der rechte Auswahlbutton, oder Ständer. Ständer bedeutet, die Füßchen sind drunter. Wie bei uns hier. Hier sind jetzt Füßchen. Das heißt, wir benutzen Ständer. Dadurch ist nämlich, der Fernseher wird ja ein wenig anders reagieren, zum Beispiel beim Sound abgeben. Und eventuell von der Blickrichtungsausschwabbelung könnte das sein, dass der es vielleicht ein bisschen verändert. Wir machen Ständer, wenn ihr den Ständer genutzt habt. Jetzt geht es darum, eine Sendereinstellung durchzuführen. Das war das, wenn wir hinten entweder das Antennenkabel angesetzt haben. Hier seht ihr auch schon, wie eine Antenne ungefähr aussieht. Die digitalen Antennen sind ja auch noch ähnlich aufgebaut. Kabelanschluss, das heißt, wir haben eine Kabeldose an unserem Bereich. Und oder Satellit. Wir können, wie ihr seht, alle drei Sachen auswählen. Dann würde er einen Suchlauf über alle drei durchführen. Dem ist aber nicht so. Wir haben in dem Fall nur Satellit momentan. Weil Kabel haben wir abgemeldet. Das kostet fortlaufend Geld. Und Antenne, ja, das haben wir auch nicht mehr. Also Satellit würde jetzt hier ausgewählt werden. Danach wird er nämlich dann einen Sendersuchlauf durchführen. Das heißt, wir gehen dann auf das System, was ihr fahren wollt, worüber ihr schauen wollt. Antenne, Kabel oder Satellit. Oder ihr könnt auch gar nichts auswählen. Wenn ihr zum Beispiel das Gerät nur als Smart TV benutzen möchtet, dann wäre das auch möglich. Wir benutzen es jetzt aber noch als Satellitfreund. Also weiter. Jetzt geht es darum, wenn ihr Satellit auswählt, dann gibt es, ja, es gibt schon mehrere Freunde oben im Orbit am Rumschippern. Aber die meisten, die wir nutzen in Deutschland, ist schon der Astra-Satellit. Es gibt noch Sky-D und andere Anbieter. Lass uns bei dem Astra bleiben. Denn darauf ist unsere Schüssel nämlich ausgerichtet. Jetzt können wir hier auswählen die Satelliteneinstellungen. Wir haben einen LNB-Frequenz. La, 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 die ist aus. Ein Astra 90,2E. LNB-Frequenz ist 9,57 zu 10,600. D, I, S, E, Q, C. Satelliteneinstellungen. Oder wir können den Transponder bearbeiten. Das heißt, hier wäre eine Transponderbearbeitung möglich, um dort Unterschiedliches einzustellen. Wir können auch hier unterschiedliche Satelliten zum Beispiel einstellen und auswählen. Es gibt ja auch Satellitenschüsseln, die sich eventuell anpassen können auf unterschiedliche Satelliten. Wir wählen jetzt das, was es nur ergibt. Das heißt, unsere Schüssel ist auf dem Astra-Satelliten ausgerichtet. Weiter. Und nun können wir eine Astra 19,2 Suche machen oder eine vollständige Suche. Natürlich kommt bei einer vollständigen Suche ein viel längerer Zeitraum zu machen, aber wir haben auch ein paar Senderchen mehr. Die Astra 19,2 Suche werden wir jetzt hier durchführen. Das heißt, hier können wir auch noch leicht die Satelliteneinstellungen verändern. Nun wird ein Sender-Suchlauf durchgeführt. Das heißt, der wird jetzt die Sender sozusagen schon auch vorsortieren und diese dann abrufen von dem Astra-Satelliten, den wir ausgesucht hatten. Es wird auch so gehen, wir können auch, deutsche Kanalliste kann man nutzen oder wenn ihr andere, anderssprachige Satelliten noch auswählen könnt, würden hier mehr können. Bei dem, immer mit weiter dann und jetzt suchen wir uns die nämlich automatisch daraus. Wenn ihr jetzt auf Kabel gesetzt hättet, wäre das ähnlich. Beim Kabelnetz holt er sich das dann auch aus dem Kabelanschluss heraus und wird dort dann auch die Sender heraussuchen, die bei euch auch lokal verfügbar sind. Und beim besagten normalen Standardgedrisse, wie es früher auch immer war, sprich die Antenne, könnte man dort auch ähnlich vorgehen. Also ihr seht, das ist alles ungefähr gleich. So, wir haben jetzt hier, der Programmmodus wurde auf den Satelliten festgelegt, also bestätigen wir mir okay. Wir sehen, wir haben im DTV-Netz, Satelliten-DTV-Netz 659 Sender gefunden, im Radionetz 29. Und LG Channels haben wir 147 auch noch gefunden, denn LG hat auch noch seine eigenen Senderbatterien da. So, das heißt, damit haben wir auch schon den Sender-Suchloch abgeschlossen. Das geht heutzutage viel schneller als früher. Und wir können jetzt mit Fertig fortführen. Jetzt geht es darum, nachdem wir uns angemeldet haben, können wir empfehlende Inhalte und mehrere Apps-Dienstleistungen genießen. Das ist natürlich auch wieder freiwillig. Ihr braucht kein LG-Konto, um diesen Smart-TV bedienen zu können. Das LG-Konto hat aber natürlich ein paar Annehmigkeiten, wie zum Beispiel, ihr könnt die LG ThinQ-App benutzen. Wir können uns App-Dienste aus dem LG-Store herunterladen. Das heißt, um den Smart-TV selber komplett zu nutzen, ist ein LG-Konto sehr ratsam. Wir können das mit der LG ThinQ-App von unserem Smartphone zum Beispiel machen, die Anmeldung. Oder mit dem mobilen Web anmelden. Dann würde hier ein Browser wohl erscheinen. Lass uns das mal kurz machen. Das heißt, wir werden jetzt über das Wi-Fi, in unserem Fall, dort draufgehen, mit der mobilen Web anmelden. Wir rufen die URL mit einem PC oder einem mobilen Webbrowser selber auf. Das heißt, der wird uns nicht hier jetzt den Webbrowser zeigen, sondern wir müssten dafür unser Smartphone benutzen oder unseren PC. Das wäre jetzt de.lgtv-link.com. Oder Schritt 2, wir geben dann den Code ein. Sprich, wenn wir die Homepage aufkommen, dann können wir dieses dort dann nämlich nutzen. Dieser Code wird andauernd erneut. Ihr braucht also meinen Code gar nicht ausprobieren. Wir können uns aber auch mit der Fernbedienung selber anmelden. Das heißt, wir können jetzt hier Anmeldung über den Fernseher selber mit dem LG-Konto, das LG-Konto neu erstellen. Wir können uns mit Google-Anmeldung, mit Facebook, mit Amazon oder mit Apple. Diese Dienste, das sind jetzt nicht die Dienste, die wir dann dort direkt verknüpft haben. Die würden wir dann erst sozusagen mit diesem Fernseher hier verknüpfen. Das heißt, wir können uns jetzt hier mit unserem LG-Konto anmelden, welches wir vorher zum Beispiel bei einem anderen LG-TV-Zone gehabt haben. Oder wir erstellen eins. Wenn wir eins erstellen, müssen wir natürlich unsere Daten dort geben. Ihr seht hier die Nutzungsbedingungen, Übertragung außerhalb der EW. Müssen wir dort auch wieder untersetzen, weil jetzt wird ja hier dann auch Daten ausgetauscht. Wir geben eine E-Mail-Adresse an, wir geben dann ein Passwort ein, was uns an die E-Mail-Adresse geschickt wird und wir sollten ein Geburtsdatum noch eingeben. Danach können wir fortfahren, wenn wir uns mit dem Fernseher und der LG-Konto verknüpft haben. Es ist aber kein Muss, das ist auch wieder optional. Nur um den kompletten Smart TV vernünftig nutzt zu können, ist es sehr ratsam, dies durchzuführen. Wenn ihr dann optional eine Anmeldung mit der LG-App gemacht habt oder es manuell gemacht habt, dann kommt ihr ins nächste Menü. Das heißt nun, die Ersteinrichtung ist dadurch abgeschlossen. Installation der LG-Infolioen-Apps können wir nutzen. Das heißt, wir gehen auch hier wieder vor und bewegen uns mit den Cursor-Tasten rum. Und hier können wir dann zum Beispiel Schondienste installieren, die wir gerne hätten, wie Alexa, Prime Video, Join, LG-Channels, Rakuten oder Chili und noch mehr. Oder gar nichts davon. So, Installation der App auswählen. Und nun haben wir es, glaube ich, auch fast geschafft, Leute. Wir werden jetzt gleich wirklich mal reinkommen ins System, um unseren Smart TV nutzen zu können. Natürlich könnt ihr diese ganzen smarten Sachen auslassen. Dann wäre es aber schade, denn dann können wir den Smart TV nicht komplett nutzen. Hier geht es jetzt darum, die ausgewählte App möchte WiFi einschalten, Netzwerks-Stand-Band-Mode verwenden. Ihr könnt das hinzufügen oder nicht. Ich habe jetzt ausgewählt, dass die YouTube-App runtergeladen wird. Und ihr seht, das geht recht fix. Das hat natürlich auch mit eurer Geschwindigkeit des Internettes zu Hause zu tun. Und die App ist jetzt schon Beispiel auf unserer Smart TV installiert worden. Gut, dann können wir reingehen in unser Fernsehchen. Wir sind jetzt direkt auf die Oberfläche gekommen. Als allererstes sehen wir nun hier unsere komplette Smart TV-Oberfläche selber. Die ist hier vor uns. Und wir können jetzt auswählen, was wir dort gerne machen möchten. Wir haben diverse Sachen zur Verfügung. Das heißt, wir können jetzt hier sehen, dass wir hier große Kacheln haben, die wir dann ansteuern können. Ansteuern, genau das Gleiche wieder. Wir bewegen uns rechts und links, oben nach unten und auswählen mit der Taste in der Mitte. Wir gehen jetzt mal durch. Es sind noch mehr Apps vorinstalliert, wie ihr sehen könnt. In den Apps ist also bedeutend mehr drin als nur das YouTube, was wir gerade runtergeladen haben. Wir haben hier Netflix, Join, LG Channels, Racoon Disney+, Apple TV, RTL+, Public Value, YouTube haben wir hier gerade runtergeladen. Dann können wir auf die Apps gehen, Sport, Home, Webbrowser, Media Player, Alexa oder Explorer Google Assistant. Dann haben wir die App-Liste, die wir bearbeiten können bei diesem Button hier. So können wir nämlich diese dann zum Beispiel intelligent bearbeiten. Die werden dann automatisch in der Reihenfolge sich ändern, indem wir etwas benutzen. Wir können natürlich auch auf Live TV gehen. Live TV, ups, jetzt habe ich mich verklickt. Wenn ihr euch mal verklickt, auch kein Problem. Wir haben ja eine Fernbedienung. Auf diese Fernbedienung gibt es ein Häuschen. Damit kommen wir immer wieder zum Screen zurück, zum Home Screen. Beziehungsweise, wenn ihr nur eine Fläche zurück wollt, geht ihr auf die Zurück-Taste. Diese befindet sich dort. Gut, was können wir jetzt machen? Lass uns mal irgendetwas hier durchziehen. Momentan beliebt. Free TV on LG Channels. Wir können uns aber auch hier oben in die rechte Ecke bewegen und dort auf das Live TV gehen. Hier werden wir jetzt auf unser vorher eingerichtetes Netz gehen. Das heißt, wir können hier jetzt dann in den Fernseher eingreifen, die Lauter- und Leiser-Taste benutzen, um die Lautstärke zu verändern. Wir können die Channel-Taste benutzen, um zum Beispiel zwischen den einzelnen Kanälen zu wechseln. Ihr seht hier, wir können alles durchblättern, hoch und runter. Wir können natürlich auch Netflix direkt auswählen, wenn wir auf die Netflix-Taste gehen. Wir können das genauso auch mit Disney Plus, Prime Video oder Rakuten erledigen. Das sind nämlich die Smart-Eigenschaften, die dieser Fernseher mitbringt. Und auf TV zum Beispiel würden wir auf die LG Channels kommen. Hier ist nämlich ein Hotkey. Ich zeige ihn euch. Da ist ein Hotkey mit TV. Dann haben wir hier die einzelnen Dienste, die wir anwählen können. Und dann noch was. Teletext ist hier oben. Und was wir auch noch haben, ist natürlich, wenn wir jetzt hier wieder auf den Homescreen zurückgehen und uns dann nach oben machen. So, hier ins Live-TV rüber. Dahin auswählen. Und im Live-TV uns jetzt nun aushalten. Könnten wir hier demzufolge auch dann hoch und runter schalten, hatte ich ja schon gesagt. Wir haben auch die Möglichkeit, dann hier den Teletext zu benutzen. Den Teletext zu benutzen. Wir können aber auch hier oben in Einstellungen gehen. Und dann sehen wir links, kommt dann ein Einstellungsmenü heraus, welches wir dann auch noch im Bildmodus zum Beispiel versetzen können. Hier können wir zum Beispiel den Bildmodus bearbeiten. Sparmodus, Kino. Das verändert dann das, was wir sehen. Also nicht den Inhalt, sondern die Farben. Ihr seht, guck mal, das Blaue da zum Beispiel verändert sich jetzt, wenn ich hier auf Sparmodus, Standard, etc. lebhaft gebe. Dann werden die Farben verändert. Wir können auch den Klangmodus verändern. Da können wir in Kino gehen, klare Stimme, Sport, etc. Die Audioausgabe können wir hier anwählen über den optischen Ausgang. Der Spieleoptimizer, wenn wir zum Beispiel Spiele benutzen. Das funktioniert aber nur, wenn wir ein HDMI-Gerät angeschlossen haben. Das haben wir ja eigentlich, das können wir gleich starten. Netzwerk, wir sind kabellos verbunden. Und alle Einstellungen können wir hier erreichen. Nun laden wir uns alle Einstellungen und können darüber jetzt zum Beispiel das Bild verändern. Wir können das Format des Bildes verändern in Just Scan oder die 16 zu 9. Wir können erweiterte Einstellungen auswählen, um hier dann die Helligkeit genau anzupassen, die Farbe, die Klarheit auf alle Eingänge anwenden, zurücksetzen und weniger Blaulicht. Oh, der Blaulicht-Report ist dann auch mit dabei. Dein Ton, genau das Gleiche. Die Ton, detaillierte Auswahl. Das heißt, jetzt sind wir tiefer in den Einstellungen. Wir können hier die AI-Dienste auswählen, Familieneinstellungen, Sender. Hier können wir die Sender selber einstellen. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, einen Sender-Manager zu setzen oder einen Programmsuchlauf nochmal zu starten. Sender-Manager würde uns dann hierin bringen, um dort die Programme dann zu sortieren, die wir zum Beispiel nicht mehr brauchen oder die wir nicht so oft sehen, nach vorne, nach hinten. Können wir dann setzen. Wir können Favoriten erstellen. Wir können es sperren oder entsperren. Und wir können wiederherstellen, was wir mal verändert hatten. Gehen wir wieder zurück mit der Zurück-Taste und sind wieder im normalen Fernsehprogramm. Nochmal, hier oben ist eine Einstellungstaste. Damit können wir die Einstellungen öffnen, die Kurzeinstellungen, dann auf alle Einstellungen uns versetzen. Und was natürlich auch geht, ist, wir haben die Möglichkeit, den Support zu kontaktieren hier. Bei allen Einstellungen haben wir auch noch den Allgemeindienst, wo wir die Sender gerade hatten. Die Geräte können wir verwalten, das Netzwerk, das System selber, Energie sparen, Barrierefreiheiten einstellen etc. Also ihr seht, die Einstellungen sind relativ einfach zu bewerkstelligen. Ich werde jetzt mal eine Konsole starten, denn die ist ja über HDMI angeschlossen. Das heißt, wir stellen jetzt mal diese Konsole hier an. Sie ist nun am Booten. Und jetzt schauen wir uns an, ob wir mit dem Gerät, was hier über HDMI verknüpft ist, auch darauf zugreifen können. Eine Konsole in dem Fall. Wenn wir eine Verknüpfung dann durchführen wollen, gehen wir hier oben auf diesen Stecker-Symbol und können dann unten auf der unteren Seite auswählen, zwischen Live-TV, HDMI und die Fritzbox zum Beispiel. Oder und ein Home-Dashboard. Ich gehe jetzt einmal nach drüben und gehe auf HDMI. Nun kommen wir auf die Switch. Diese ist nämlich hier angeschlossen und kann nun verwendet werden. In dem Fall können wir natürlich auch hier, wir können jetzt die Switch benutzen. Mal anmachen. Jetzt sind wir da. So, ja, okay. Jetzt können wir hier die Switch benutzen und spielen. Das gilt aber auch für alle andere Konsolen. Hier ist es natürlich sinnvoll, wenn ihr dann hingeht und die Einstellung einsetzt und bei den Einstellungen noch auf den Spiele-Optimierer geht. Der Spiele-Optimierer kann dann angewandt werden und kann jetzt dann genutzt werden. Zum Beispiel, weil wir das Bild und das Spiel verändern können. Wir können das Spiel-Genre auswählen, weniger Blaulicht, Darkroom-Modus anmachen oder ein Spiele-Dashboard. Ihr seht also, viele Möglichkeiten bringt uns dieses System mit uns. Und denkt immer daran, ihr könnt jederzeit auch zurück in das Home-Menü selber, wenn ihr das Häuschen bewegt. Und dann geht es natürlich auch über das Kabelchen. Könnt ihr auch jederzeit in den Live-TV-Modus wechseln. Also ihr seht, relativ einfach alles anzuwenden, nicht wahr? Aus- und Einschalten, natürlich mit dem Aus- und Einschalt-Knopf. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.